Ja hallo meine lieben Freunde, wir spielen heute eine weitere Runde Call of Duty Ghosts für die Kampagne und ich würde jetzt einfach sagen, ja wir fangen jetzt einfach an und ja bis gleich. Es begann vor zwölf Jahren, als das Militär der Föderation ganz Südamerika bedrohte. Ihr Anführer, General Almagro, wollte alle in den USA geborenen Bürger verhaften oder hinrichten. Rourke überzeugte Washington, dass die Ghosts das Problem lösen würden. Die USA starteten eine Invasion. Rourke führte uns an, um Almagro auszuschalten. Aber Rourke war wie besessen von ihm. Für ihn war der Mann wie eine Beute. Und es war klar, nichts von denen abhalten, sich seinen Preis zu holen. Äh, okay. Wunderschön. Schöne Geschichte mal wieder. Und was? So wie, wie jetzt? Das ganze Stückchen, da muss man laden oder wie? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Nein. Ghost, nein. Böses Spiel. Du bist. Ey, na super. Kannst du ehrlich gleich wieder aufgeben? Ey, super. Wunderschön. Tolle Spiel, ganz ehrlich. Naja. Also ich... Boah, warum war das kein Wort? Äh, ja. Doch, doch. Es lädt jetzt ein bisschen, hoffentlich. Ey, was war... Das hat noch nichts geladen. Vorher hat das immer geladen. Ja, es geht doch gar nicht. Ich will spielen und nicht dabei das... Nach einer Geschichte noch drei oder vier Minuten warten, bis das Spiel anfängt. Wenn sie... Sie ist der jetzt gerade. Ja, wunderschöne Scheiße, ganz ehrlich. Mach hin. Spiel. Hallo. Ja, muss man nicht die ganze Zeit die Ghost-Fresse da hinhalten? Die ist schon scheiße genug. Ja, wunderschön. So können wir jetzt ein bisschen erwarten, wa? Äh, nee. Hallo. Spiel. Spiel. Mach hin. Wow. Ganz ehrlich. Dein Ernst. Ich gucke mir jetzt gleich wieder... Ich gucke mir jetzt gleich YouTube-Videos an, wenn du nicht weiterlädst. Ja, das ist praktisch beim Schuss, aber trotzdem. Ich gucke mir nochmal auf unseren Kanal, ein bisschen auf. So, zack, ja. Oder so jetzt hier Powerblocks. Ah, wunderschön läuft alles. Was ist das? Mein Team bleiben. War... Ich... Ich hab nichts an der Einstellung bei mir geändert. Weiter, hinter der Sonne. Hinter der Sonne? Wow. Was ist das? Und das... Das ruckelt bei mir mit 60 Frames durch. Keiner Panzer nicht da rumfahren? Oh, ich muss ja wirklich weg. Keine Panzer bin ich rumfahren, oder wie? C, 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 C. Okay. Yeah, ein weiterer Panzer. Guck, der ist Rourke. Yeah, wir sind... Wir gehen mal müssen. Ja, äh... Ich will mich hinlegen. Ich schläge mich. Ey, da... War... Nee, nee, nein. Allein schon, dass die Textur noch schlimmer sind als Feuer. Das Spiel ruckelt noch mehr. Willst du mich verarschen, Ghost? Jetzt willst du mir grad ganz kurz sagen, dass ich grad einen Frame-Einbruch von ungefähr drei Frames hab. Ich weiß nicht, wieso, aber... Ich glaube, den nicht mehr spielt. Ich... Ich... Ich glaube, ich hab... Ich hab dir jetzt mal vorher auch nie geglaubt, aber jetzt glaub ich dir erst recht nicht. Nein. 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 Da gestern, du klingst, Mist, vier Ecken. Nein. Oh, ich weiß, warum man das auch cool hat. So, auf eh. Ich... Ich... Ich wollte grad... Aber ich will nachladen. Und das sind so viele guten 60 Frames, Junge. Siehst du ja selber. Nein, oder? Boah, ist das Spiel scheiße. Nein. Ich dachte... Ganz ehrlich, ich... Ich hab ja vorher... Das ist von... Von alten 4 Games gesehen. Aber dass das wirklich... So auch mit drin ist. Kann man da hoch? Ja. Nee, doch. Ja, äh... Dein Pesch, wenn ihr die ganze Zeit gegen die Wand fährt. Ach, jetzt hört er weiter. Seht's euch an, ihr könnt weiterfahren. Ja. Fährt ja auch gegen die... Fährt ja auch davon gegen. Ey, was war denn das da für eine Scheiße? Aber ich muss mich... Jetzt brauche ich nochmal Deckung. Was war das? Ey, das ist... Es war ja alles andere, aber nicht... Aber nicht schön. Ja, komm hier als Maul. Du auch und du auch da vorne. Seid leise. Äh, okay. Wo, wo steht denn der... Fährt ja auch irgendwo gegen, oder wie? So, hier ein Geschenk von mir. Bekommt er ganz frisch zum Mitnehmen. So, hier hat er das auch. Die... Die Texte sind ja sogar noch schlimmer als vorher. Das ist ein Scherz von dir, Spiel. Ganz ehrlich. Das ist einfach... Das ist jetzt bloß noch ein Scherz. Wo habe ich jetzt auch nicht mehr geschafft, ist ja klar. Äh, ja, Damm-Sprengung, ja, ja, warum tötet ihr euch selber, Leute? Hat er mich gerade gemessert? Yay, schwimmen! Moment, Moment. Ja, okay, ich glaube, wir rennen hinter... Was? Was? Hä? Ich renne, und das sieht toll aus. Wieso, wieso müssen wir nach oben? Mit 18, mit, mit... Boah, es kommt Licht, und es ruckelt leicht. Ja, mache ich. Okay, jetzt steht es da, dass ich gerade 30 Frames habe. Er steht da, dass ich 30 Frames habe. Und es ruckelt. Äh, 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 hab ich gemacht, so, fertig, ich will ja weiter. Ich will, ich will ja so schnell wie möglich beenden. Los, komm, mach dir auf, mach dir auf, bitte los. Arschloch, halt ihr was? Achso, das Arschloch. Ja, wir, ja, wir sind Ghosts, also sind wir ja schon tot, von daher, ist doch alles okay. Hallo, hallo, Kumpel, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ruf, Axis. Toll, geht das auf? Komm, Doorbrick, los, ich will einen Doorbrick haben. Doorbrick for a win. Das war, das war definitiv ein Doorbrick, ich sag's euch. Und warum kämpft ihr eigentlich immer noch, immer noch, wenn, wenn sie doch eigentlich wissen, dass der Typ, der jetzt gerade sie geflutet hat, scheiße ist, der wollte sie doch auch töten. Von daher, also ich wollte jetzt mit den Typen da zusammenarbeiten. Meine, ich bin doch nicht so bescheuert und lasse mich vom Damm sprengen. Juhu. Kann man unter Wasser spenden? Äh, okay, hallo. Cool, das läuft bei mir fröhlich mit 60 Shrames, aber das Feuer, wo ich was tun konnte, nicht. Wow. Hallo. Achso, nee, nee, ich dachte, das war ein Freund von uns. Ja, ich kippe dich auch mal ins Wasser rein. Ja, komm, wir messen wie ein COD, at one, two, four. Oh. Achso, ich sollte tauchen, okay. Ja, sag mir das doch. Darf ich messern? Darf ich messern? Hallo, ich will messern. Ah, ich messere dich. Funktioniert eigentlich noch dein Headset? Hallo, du hast ja auch ein Headset auf. Weil, weil, meins würde ja, darf ich durch? Ja. Achso, ich hätte jetzt gar nicht, der hat da ein Feuer, der dort ein Feuerlöscher rausgenommen. Los ins Wasser und einschleichen. Hallo, wie geht's dir? Alles heute okay? Ich nicht. Hui. Oh, ich wollte messen. Ey, nicht so brutal. Die Leute haben hier auch was. Ja, der hat bloß ein einziger. Was ist denn das für eine Waffe? Gehen wir nach hoch? Achso. Was? Achso, okay. Schön, dass ich jetzt erst erfahre, dass ich meinen, dass ich den Vater da spiele. Yay, natürlich, wenn ich draufgehe, bricht alles zusammen, ist mir ja voll klar. Ich springe! Hallo, 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 hallo. Guten Tag. Oh, guck mal. Das ist jetzt die Treppe zu Elias. Nee, doch nicht. Darf ich durch? Danke. Hallo, 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 hallo. Äh, ich sollte mal doch in Deckung gehen jetzt. Ich meine, ich will meine Frames noch behalten. Ja, Frames sind... Frames bei 40, ne? Ganz ehrlich, ohne Witz, ey, du spielst du einfach bloß noch nicht. Du bist scheiße, ganz ehrlich, meine ich nicht mehr. Also, jetzt, jetzt, jetzt hast du echt den Geduld. Also, erstmal, dass die Grafik... Ich glaube, sogar noch schlechter ist als beim anderen. Okay, okay, ich habe jetzt zwei, okay, jetzt habe ich weiter an. Ja, kommt, ist okay. Wie hat er den Stahl, wie hat er den Stahlbeton dabei durchgetreten? Das war Stahlbeton. Ja, ist doch gut. Wie hat er es gemacht? Der hat Stahlbeton durchgetreten. Das würde ich auch können. Huiiii... Huiiii... Okay. Alter. Oh, Leute. Kann ich auch rennen. Ich renne ganz normal, ne? Wasserwiderstand nicht vorhanden, natürlich. Wie eine Gazelle schleicht er sich hier durch. Ich bin ja unsichtbar, ne? Ihr könnt mich ja jetzt alle nicht sehen. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich in Wasser... Ja. So, zack, der ist weg. Find ich jetzt ganz gut. Hallo, da ist der Nächste. Ja, ja, aber wir sind hier... Wir sind natürlich groß und wir sind leise, wie sonst was, ist ja klar. Hallo. Da ist der Nächste. Ne. Ne, das ist dabei... Hallo. Wow. Wow, alter, alter, voll Stealth, man. Stealth. Mehr, mehr Stealth geht hierbei gar nicht. So, fertig. So, jetzt haltet ihr eure Friesen, so wie es war, die Rüst sagen würde. So. Äh. Ne, ich komme gerne von unten, aber egal. Ähm. Hier rein. Hallo. Boah, diese Grafik, also von Grafik, müsst ihr mir jetzt nicht sagen, aber... Ist sogar noch schlechter als Feuer. Ja, hey, wir sind anscheinend in der Schule. Ja, macht da mal ne. Hey, ein Auto. Guck, guck. Da ist das nicht... Da ist ein LKW. Truck Simulator. Ja, 2015. Hui. Hey. Autos. Äh, wir haben einmal gut zum Hotel verfolgt. Der ist nicht deutsch. Er ist dort oder er ist nicht deutsch. Ich habe jetzt gerade nicht ganz gelesen. Ich meine, muss man ja so oder so nicht. Ah, guck mal, jetzt sind genug Autos da, sodass man hier rüberkommt. Und eine Deckung hat. Ich meine, die Gegner sind... Die können ja niemals so clever sein und uns hierbei richtig töten. So, anscheinend sind jetzt natürlich alle tot. Nein, doch nicht. Sie leben noch. Da irgendwo sind sie. Ich sehe sie nicht. So, und jetzt laden wir natürlich unter Wasser nach. Und wir rennen jetzt genauso schnell, als wenn wir... Irgendwo anders rennen. Also Wasserwiderstand natürlich steigt null. Ist ja klar. Hallo. Boah, Alter. Wie weit ich mit der Waffe komme. Äh. Ach, da ist auch ein Kumpel. So, also ich... Ganz ehrlich, ich würde mich schon langsam so überlegen, ob ich wirklich noch zu diesem Team gehören will oder nicht. Also zu dem Gegner-Team, weil... Irgendwie... Der Typ von... Also der Arbeitgeber, wenn man das Arbeitgeber nennt, kann... Oh, da sind zwei. Ich habe erst jetzt die Granate gesehen. Ich weiß, dass da eine Granate ist, dass mir vollkommen klar... Call of the PlayStation... Call of the PlayStation... Ja, toll. Schön. Also ich sehe es gerade im Moment, ich habe jetzt ganz kurz noch mal mein Handy angehabt. Und genau in dem Moment kommt eine Nachricht von COD, dass groß so toll sein soll. Es ist irgendwie... Also weil... Weil die irgendwie... Können die... Könnt ihr das wirklich sehen? Ich weiß das nicht. So, zack, hier. Das Erlebnis deines Lebens. Ich meine, sage, gebe ich dir vollkommen recht. Grafisch... Ne? Grafisch da oben und... Also ich meine, ist mir vollkommen klar, dass meine Grafik am Arsch ist. Mit dem PC. Aber das ist dann wirklich noch lecken. Also ich habe wirklich eine... Eine Schreibung von 60 und... Ist gut! Und eigentlich war es auch vorher in der vorherigen Mission, war es aber schon in der Grafik, muss man jetzt einfach mal so sagen. So, ähm... Alter, ich würde jetzt ganz gerne mal nach vorne rennen. So, zack, ich spraye die jetzt einfach nur noch, oder habe ich irgendwie ein Sniper oder sowas. Zack, hier ein Geschenk für euch. Alter, ich könnte Steckungslitter! Ich... Nein! Ich bin gestorben. Ich hasse diese Mission, ich hasse sie, ich hasse sie jetzt einfach. Ja, ganz ehrlich, ich fick dich! So, darum ist der nächste eben... In meinem Zimmer wird es immer wärmer. Ist bei mir schon 60 Grad. Herr, der Ring, der Teil noch was können wir hier drin machen. So, zack, hier ist der... Ja, hallo, schönen Dank, dass du auftauchst. Ich bin aber unter Wasser und du siehst mich nicht. Denn ich bin... Eingeroßt. Hallo. So zack, ich weiß nicht, wieso, aber... Huiiii... Kann ich mich auch hinlegen? Hui, wir müssen hier weg. Funktioniert euer Headset noch? Nur so, als... Was mit der Headset bei mir passiert? Headset! So zack, ein bisschen weiter und nach vorne. Äh... Okay. Ich gehe jetzt nach ganz außen. Weil da, da haben die mich nämlich noch nicht gesehen. Zack, einmal. Guck mal, da sind auch noch welche da oben. Hallo. Ah, guck mal, er folgt mir jetzt. Das ist schön. Wo zack, da sind die da und da. Und da, 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 da. Ist ja klar. Boah, hat der nicht Schottkann? Ich will hier weg, der ist wieder eine Bombe. Ja, ne, ne Bombe ist ja klar, ne. Was steht jetzt drin? Zack, zack, der ist auch noch weg. Heli kommt! Sie holen Agato ab. Ja, ist doch gut. Äh, warum hast du die Waffe aufgerüstet? Ich meine, wir haben uns gerade nach da, von da hinten nach hier vorne durchgeballert. Ich muss jetzt nicht da hinten gucken, was da ist. Ne, hier, hier, da kann ich nicht. Ich muss nach oben. Dobi! Juhu! Ich will mitfliegen! Ich will mit! Ich durfte nicht mal mitfliegen. Oh, in dem Heli springen! Hallo! Scheiße. Ich dachte, da kann man auch mal nichts machen. Schade. Toll. Hui! Ich will mit rein. Ich meine, man könnte auch mal seine eigene Waffe nehmen, aber das ist ja anscheinend egal. Ich hoffe nicht mal schießen. Äh, FFFFFF! Äh, hallo, 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 wer ist es denn? Der, 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 der ist es, der da anscheinend. Juhu! So, was? Ja! Ich, ich habe jetzt einfach beides gedrückt. Äh, FFFFFF drücken, F drücken, weil das ist ja so, ich penetriere F, aber der Typ ist so blöd dazu. Du sollst F drücken! Denn! Ich habe nichts gedrückt, ich habe nicht mal F gedrückt, ja? Das ist, ich will das wirklich, ich muss nochmal sagen, ich habe nicht F gedrückt. Achso, ich... Guck mal da, die Hubschrauber zu Bier. Ah, ich muss eh drücken. Tschüss! Achso, das war noch das Teil von Hubschrauber, okay? Ich traf die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich ließ ihn los und rettete die anderen. Ja, das ist schwer, Menschen zu retten und alles. Errungskraft freigeschaltet, Legenden sterben nie. Ja, okay, egal, egal, das ist sehen wir im nächsten. Und ja, bis dahin, ja, guckt bei uns nochmal im Kanal rein. Ihr seht, es seht mal wieder nicht, ist ja klar. Ähm, ja, guckt bei uns nochmal im Kanal rein und dann, ja, äh, was, was, was würde ich jetzt noch sagen? Ähm, guckt einfach mal bei uns rein und, ja, haut rein. Ich würde jetzt sagen, ich bedanke mich einmal fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss!